Leute, wie versprochen melde ich mich zum Thema Hackerangriff auf Apex Legends, die Global Series und so weiter und so fort zurück. Es gibt nämlich Neuigkeiten, woran es wohl liegen wird, wer nicht daran schuld ist und dass sich die Konsoleros theoretisch zumindest keine Sorgen mehr machen müssen. Ihr könnt getrost weiterzocken, aber derselbe Hacker hat sein Unwesen vor wenigen Monaten, es muss ungefähr drei Monate her sein, schon sein Unwesen auf den Konsolen getrieben. Ich habe heute Morgen Gameplay gesehen, leider kann ich es euch nicht zeigen. Ich habe aber von einem Stammzuschauer Gameplay in der Spectator Perspektive, quasi wenn ihr drauf geht, könnt ihr eurem Gegner, der euch platt gemacht hat, ja noch zusehen. Und er hatte die Cheats aktiv gegen sich. Dieselben Cheats, die ihr gestern bei Gant Burton in meinem Video gesehen habt, hatte er gegen sich auf der Xbox. Es ist ein Xbox Spieler, es ist nicht Destroyer 08 15 47 11, aber es ist dasselbe System, wie das genutzt wird, kann ich nicht sagen. Ich kann euch nur so viel sagen, verschiedene Medien berichten jetzt und auch iLoot Games, das kann ich euch gerne mal einblenden, der selber schreibt auch, dass wir auf den Konsolen safe sind. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht irgendwann gegen solche Spieler spielen, die solche kranken Cheats einsetzen. Ich zeige euch gleich von Robert noch das Gameplay. Robert nochmal, wie gesagt, danke, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Ich zeige euch aber gleich, wer nicht dran schuld ist, denn das Anti-Cheat-System scheint nicht schuld zu sein. Das heißt, solche Spiele wie Fortnite zum Beispiel sind safe, die benutzen nämlich dieses System, sollten safe sein. An denen soll es wohl angeblich nicht liegen. Respawn und EA haben sich diesbezüglich leider noch immer nicht wirklich zu Wort gemeldet. Also auch da halte ich euch gerne auf dem Laufenden. Deswegen sollten alle PC-Spieler, was Apex Legends betrifft, weiter auf der Hut sein, vorsichtig sein und immer irgendwie fleißig jeden Tag die Medien nutzen, um zu gucken, ob es Entwarnung gibt, ob es da endlich irgendwelche Sicherheiten gibt. Ich möchte euch jetzt gleich noch das Gameplay von Robert zeigen, was eindeutig beweist. Da ist ein Wallhack drin, da ist ein Aim-Bot drin aus der Hüfte mit der Spitfire. Der Typ weiß genau, wo die Gegner sind, obwohl man es eigentlich nicht sieht durch die Wände, so wie es bei Gen Burton zum Beispiel der Fall war. Der hat ja einen Livestream gestartet, hatte die Cheats quasi für sich aktiv und in der Spectator-Perspektive siehst du den Wallhack natürlich nicht. Ich mache es einfach mal an und lasse die Bilder einfach für sich sprechen. Ihr seht die Platin-Lobby und ihr seht, er macht die Tür auf, er weiß sofort, wo die Gegner sind. Er schießt aus der Hüfte und trifft einfach mal alles. Alles, da gehen vielleicht auch mal Kugeln daneben, hier, er weiß sofort, wo er hingucken muss. So, jetzt da oben auf der Treppe auch noch ein Gegner, zack, kein Problem, 175 Damage aus der Hüfte und guckt euch. Moment, ich aktiviere es nochmal. Guckt euch mal die Kills an. Platin-Lobby ist kein Problem, 33 Kills, 2 Assists, 504 Ranked-Punkte. Es ist also Season 20, also dieses Gameplay ist aus Season 20, es ist noch nicht so lange her. Das ist, ich glaube es ist drei Wochen ungefähr her, als mir Robert dieses Gameplay abgefilmt auf der Xbox gezeigt hat. Ihr seht aktiv einen Wallhack. Als Zuschauer siehst du das natürlich nicht. Also ihr wisst Bescheid, es gibt aktiv Leute, die diesen Cheat ausnutzen können. Wie das funktioniert, ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Kronosen und Co. und Strike Packs sind tatsächlich ein absoluter Dreck gegen diesen Mist. Wie gesagt, leider konnte ich euch von Destroyer auf der Playstation oder Xbox vor 2-3 Monaten, wann das gesichtet wurde, leider nicht zeigen, wie das aussah. Aber im Endeffekt sah es genauso aus. Es waren 1 Milliarden Kills, 20.000 Damage, keine Ahnung, in dieser Runde gefühlt. Das ist eine absolut dreckige Nummer. Wie gesagt, alle Konsolärer sollten sich relativ safe fühlen, weil es ist technisch wohl nicht machbar, habe ich gelesen, dass da irgendein Hacker sich in dein Playstation oder Xbox System einhackt und dir da irgendwelche Schadsoftware installieren kann. Sollte es technikaffine Menschen da draußen geben, die dieses Video sehen und sagen, hey, das ist doch möglich, schreibt es gerne mal in die Kommentare, soweit ich weiß geht das nicht. Und ich habe es heute auf verschiedenen Seiten schon gelesen, Konsolen safe, eigentlich könnte das nicht der Fall sein. Ich blende auch hier gerne nochmal von iLoot Games den Post ein, falls ich das noch nicht getan habe. Und er schreibt, dass die Konsolen auf jeden Fall sicher sein sollten. Und am Anti-Cheat-System soll es nicht liegen. Wir können jetzt eigentlich nur noch warten, bis Respawn oder EA sich endlich mal zu Wort meldet, damit wir da genaueres wissen, was da los ist. Und vor allen Dingen sollte es ganz flott jetzt Entwarnung geben für die PC-Spiele. Und was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, es haben nämlich einige von euch unter dem letzten Video völlig zurecht geschrieben. Vielleicht musste das einfach mal passieren, damit Respawn und vor allen Dingen eigentlich hauptsächlich EA mal nicht hierrandenkt, kleiner Seitenhieb in Richtung ständig irgendwelche Cosmetics rausballern und irgendwelche Collection Events, sondern einfach mal ein bisschen Geld investieren und ein vernünftiges Anti-Cheat-System reinzuballern, damit so ein Dreck nicht passiert. Weil wir müssen mal ganz ehrlich sagen, es ist eine absolut peinliche Nummer, dass die Global Series einfach mal gehackt worden, live. Es ist schon sehr, sehr traurig. Leute, eure Meinung gerne in die Kommentare. Und vielen Dank für den Support unter dem letzten und vielen anderen Videos. Bleibt mir erhalten, abonniert den Kanal. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.